Liebe Rahlstädter Frauen, herzlich willkommen. Neben meinen Online-Angeboten möchte ich sehr gerne auch wieder etwas vor Ort anbieten. Und dazu treffen wir uns im neuen Jahr 2018 Mittwochvormittags, damit wir zusammenkommen können, uns bewegen, unsere Körper spüren, Freude haben, Gemeinschaft erleben. Es geht um Meditation, um Atmung, um Bewegung, das kann Schütteln sein, Tanzen. Es geht um Berührung und Berührtsein. Und ich lade euch ein, vor Ort ganz, ganz herzlich dabei zu sein, sodass Frauen in Rahlstedt, in und um Rahlstedt wieder zusammenkommen können, nicht nur online, sondern vor Ort im Hegenwäldchen und bei mir zu Hause, um sich zu genießen und um Gemeinschaft zu genießen. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Und Details und Anmeldung findet ihr hier Informationen oder auf meiner Webseite www.heikeprevral.com Ich freue mich auf euch. Tschüss!